Der Suchoy SU27 Flanke Auf die Su, wie all unsere Modelle, natürlich Voll-GFK angetrieben von zwei P100-Triebwerken Die SU verfügt zusätzlich zu den regulären Funktionen noch über Landeklappen und über Vorflügel die für den Langsamflug ausgefahren werden können Auch die SU27 ist bei uns in unterschiedlichen Lackierungen erhältlich Hier die Lackierung der russischen Solo-Display Es gibt die Maschine auch noch in Komplett-Silber und auch weitere Designs sind in Planung Auch die SU27 ist hier mit einem Abfluchtgewicht inklusive Treibstoff von 24,3 Kilo unterwegs und damit problemlos unter 25 Kilo einzuhalten Ja, taken off the three-time World Champion Wolfgang Klee mit dem Sukhoi SU27 UB Flanke Der Flugzeug ist mit zwei P100-Triebwerken und auch, wie unsere Flugzeugen, ist ein All-Composite Flugzeug die in verschiedenen Farben gibt es in unterschiedlichen Schenzen wie der in der Luft gerade jetzt, die russische Solo-Display Flugzeug und also, es ist auch in All-Silver und andere color Schenzen sind geplant und individuell Schenzen können als eine Option Die Sukhoi SU27 ist powered by two engines und hat eine take-off weight, including fuel von 24,3 Kilogramm also, du wirst nicht in trouble mit dem 25 Kilogramm weight limit das ist legal in der meisten Europa Die Sukhoi SU27 ist ein hervorragendes Modell für Kunstflug sie ist sehr, sehr präzise, extrem exakt speziell für Rollfiguren, Messerflug, Vierpunktrolle sehr, sehr neutral wir haben das Modell bei uns am Stand kommen sie vorbei jetzt hat der Wolfgang oben die große, charakteristische Speedbrake der SU ausgefahren hinter dem Cockpit kommt jetzt hier im Langsamflug vorbei schaukelt natürlich ein bisschen, weil hier das Lee über die Zelte und die Hangars kommt und das Modell nicht mit einem Kreisel ausgerüstet ist so Wolfgang just demonstrated the slow flight with the big characteristic Speedbrake deployed please note that the aircraft does not have any gyro installed so it's very neutral without any gyro in addition Wolfgang is now in his base kommt jetzt zur Landung rein Fahrwerk ist draußen auch hier schaukelt es wieder ein bisschen vom Wind wunderbar, Wolfgang Klür mit der SU 27 Wolfgang Klür mit der Sukhoi SU 27 thank you very much for your attention I'll pass over the microphone again to our main speakers